Die Lebensqualität nach einer Presbymax-Behandlung ist natürlich ganz eine andere wie vor der Operation. Vor dem Eingriff hat der Patient für die meisten Tätigkeiten entweder eine Lesebrille gebraucht oder eine kombinierte Lese- und Fernbrille, also eine Gleitsichtbrille. Und auf einmal innerhalb von ein paar Stunden ändert sich das drastisch. Auf einmal braucht der Patient gar keine Brille fürs Lesen, gar keine Brille fürs Autofahren und das macht natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl, ganz andere Lebensqualität. Häufig suchen die Patienten nach so einer Operation noch weiter seine Lesebrille oder Fernbrille, versuchen diese immer abzunehmen, obwohl keine mehr erforderlich ist. Und das ist eben das Schöne, dass auch die Behandlung extrem schnell mit dem Leser funktioniert. Schnell, unkompliziert und vor allem auch sehr sicher. Es ist kein, was man dazu sagen muss, es ist kein Eingriff, der im Auge, im Inneren des Auges stattfindet, sondern nur an der Augenoberfläche. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei Eileser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen, unser Team persönlich kennen.